Robert Schleib ist Humanbiologe und Werner Klingler, Spezialist für neuromuskuläre Krankheiten. Sie arbeiten in einem interdisziplinären Forscherteam, das die Rolle der Faszien Schritt für Schritt aufklären will. Viel zu lange wurde das weißlich-faserige Geflecht aus Kollagen medizinisch vernachlässigt. Bei Operationen wurde es oft einfach weggeschnitten, um an die dahinterliegenden Stellen zu gelangen. Man hielt es schlicht für totes Stützmaterial. Was für eine Fehleinschätzung. Inzwischen weiß man, Faszien wirken als zusätzliches Sinnesorgan im Körperinneren. Immer neue Fähigkeiten werden entdeckt, zum Beispiel die Reaktion auf Stresshormone, unter deren Einfluss sie sich zusammenziehen und versteifen. Erst seit Kurzem machen hochauflösende Ultraschallgeräte Faszien im Detail sichtbar. Auch schmerzauslösende Veränderungen. Das hatte der Osteopath mit sensiblen Fingern auch in der Vergangenheit tasten können. Aber das war natürlich von den Wissenschaftlern nicht ausreichend. Und seitdem wir das quantitativ erfassen können, seitdem hat jetzt die Faszienforschung wirklich einen Siegeszug in den letzten Jahren im Bereich der internationalen wissenschaftlichen Forschung angetreten, und zwar berechtigterweise. Heute weiß man, dass kleine Risse und Wunden ein erster Auslöser für Schmerzen sind. Die Faszien senden dann falsche Signale an die Muskeln. Sie beginnen sich zu verspannen und arbeiten nicht mehr richtig. Eine Ursache permanente Fehl- oder Überbelastung. Die Ausschüttung biochemischer Botenstoffe gerät durcheinander. Die Folge können chronische Rückenschmerzen sein. Es war sehr überraschend, als wir festgestellt haben, dass die Faszien völlig andere physiologische Eigenschaften haben wie die Muskulatur selber. Ein Beispiel ist, dass die Faszien durchsetzt ist mit Schmerzrezeptoren, viel mehr als in Muskeln zu finden ist. Und das spielt vermutlich für eine Vielzahl von Schmerzsyndromen eine viel größere Rolle, als man bisher angenommen hat. Deshalb arbeiten die Forscher daran, die Funktion der Faszien besser zu verstehen. Zum Beispiel, ob es noch andere Auslöser dafür gibt, dass die Nervenenden der Faszien Schmerzsignale aussenden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass auch Entzündungszytokine dort sind. Zum Beispiel auch durch Bewegungsmangel. Also wenn dort Schichten miteinander verkleben und die alltägliche Bewegung nicht mehr stattfindet, dann kann es das ganze Stoffwechselmilieu dort verändern. Und auch das kann zur Reizung von diesen Schmerzrezeptoren führen. Dagegen kämpft Gerson Weiß zu Hause an. Drei Wochen Training hat er jetzt hinter sich. Diese Übung ist ja die, die ich morgens und abends mache. Und da spüre ich schon den Punkt, wo die Schmerzen am meisten sind. Den spüre ich, immer wenn ich drüber gehe. Aber umso besser ist dann der Erfolg danach. Seine Schmerzen beginnen nachzulassen. Die Bewegung ist flüssiger. Und es ist auch nicht, wie man es am Anfang so hat, dieses immer mal wieder einschießende Schmerz. Glück für ihn. Denn es gibt Fälle, da ist es für Faszientraining zu spät. Manchmal sind Nerven durch eine verhärtete Faszie so eingeklemmt, dass nur noch deren chirurgische Entfernung hilft. Heute entfernen die Operatöre Teile einer Bandscheibe. Um an sie heranzukommen, müssen die Ärzte unter die Rückenfaszie. Immer wieder verfolgt Robert Schleib solche Operationen, denn der reale Blick in den Rücken ist auch für ihn interessant und lehrreich. Die Ärzte schneiden vorsichtig, denn sie wissen, dass sie gesundes Bindegewebe nicht verletzen sollten. Die Rückenfaszie scheint unverletzt. Und auch die Bandscheibenoperation gelingt. Auch um Rückenoperationen zu vermeiden, betreiben die Forscher ein Labor. Sie wollen herausfinden, wann sich Faszien wohlfühlen. Dazu baden sie kleine Teile Bindegewebe in Wasser unterschiedlicher Temperatur. Warmes Wasser etwa hält Faszien geschmeidig. Das Ziel der Forschung ist, erstens zu verstehen, wie das Zusammenspiel zwischen Muskel und Faszie ist. Und zum Zweiten, um herauszufinden, wie man auch fasziales Gewebe besser entspannen kann, wie man positive Effekte erzielen kann auf das Fasziengewebe. Zum Beispiel, indem man Substanzen findet, die Faszien-Spannung reduzieren. Die Ergebnisse sollen Patienten wie Gerson Weiss in Zukunft helfen. Wie ist es in den letzten sechs Wochen ergangen? Ja, es gab Phasen, da war es deutlich besser. Aber es gab immer wieder Rückschläge. Eine falsche Bewegung. Und der Schmerz war fast unverändert in der Darm. Was sieht Werner Klingler im Ultraschallgerät? Hat sich etwas verändert? Dann sieht man schön, wie die darunter liegende Rückenmuskulatur entlang der verschiedenen Faszien heute gleitet. Die Fasziendicke hat sich jetzt aus meinem Eindruck nicht verändert. Keine allzu große Überraschung, denn die Reduktion der Fasziendicke ist ein Prozess, der sich Monate hinziehen kann. Es ist auf jeden Fall für mich ein guter Weg, möglichst ohne Medikamente auszukommen. Und vor allem, ich sehe hier die große Chance, vor allem eine Operation zu umgehen, ganz aufzuschieben. Dass auch Massieren helfen kann, weiß man schon lange. Rolfing etwa ist eine spezielle Massage des Bindegewebes und benannt nach ihrer Gründerin Ida Rolf. Sie entwickelte diese Methode in den 1950er Jahren in Amerika. Robert Schleib betreibt seit über 30 Jahren Rolfing. Die Wirkung der Massage hat man sich lange Zeit mit der Lösung von Energieblockaden erklärt. Die dem Rolfing sehr verwandte Osteopathie gibt es schon über 100 Jahre. Und da hat man einfach aus der Erfahrung her gemerkt, man kann Faszien verändern. Und wir haben unsere subjektiven Erklärungsmodelle gehabt, was da passiert. Und als Lehrer hat man dann nach einer Weile auch die Zweifel. Stimmt es denn, was ich da meinen Schülern verkünde? Und das hat mich in diese ganz spannende Phase gebracht, wo in diesem Faszien-Forschungsfeld gerade so eine Aufbruchstimmung war. Und da haben wir dann eben gemerkt, dass einige der Gedankenmodelle, die wir früher im Rolfing hatten, von verändertem Energiefluss oder dass so und so viele Newtonkräfte notwendig wären, um bestimmte Kollagenverbindungen zu lösen, dass sie nicht ganz gestimmt haben. Aber dass es ganz andere Erklärungsmodelle gibt, die mindestens genauso spannend sind. Und warum hilft Massieren nun? Durch den Druck schüttet das Bindegewebe beruhigende Botenstoffe aus und schickt entspannende Signale an das vegetative Nervensystem. Heute können Forscher erklären, warum Heilen durch Hände funktioniert.